Servus Leute, ich bin wieder hier und wir haben uns lange nicht mehr gesehen und ihr fragt euch, was könnte denn darin liegen und ja, ich lade ja fast keine Videos mehr hoch, also ich kann sie nicht mehr so ständig hochladen, weil beim Laptop, da hat es ja, ihr habt es doch beim Salzspring Video gesehen, also wisst ihr, wie es aussieht, also der hat zu wenig Speicher und immer wenn ich etwas hochlade, dann nutzt es immer so 200 Megabyte und meine, mein Speicher beim PC ist so voll und ja, dann muss ich hier wieder eine Lösung finden, wie kann ich wieder Videos hochladen, ich glaube ich muss nur noch die Festplatte formatieren oder so etwas, aber ich weiß nicht mit welchem Programm, aber egal, wir werden das irgendwie hinkriegen, also like dieses Video und ja, habt Geduld bis meine neuen Videos kommen und das ist Otto Orasche. Ja genau, also, wir sehen uns später wieder, wenn ich neue Videos am Start habe. Tschüss.